so herzlich willkommen zurück zu technopolis skyblock variante ich habe hier schon mal ein bisschen umgearbeitet wie ich das immer zwischendurch zu tun pflege und gestern waren wir stehen geblieben an der stelle hier mit dem meiner den habe ich schon ein paar mal geleert also hier das kommt nicht von ungefähr ich habe natürlich ja schon mal clay rausgeholt möchte also auch hier den boden ein bisschen anders machen das gefällt mir so noch nicht muss jetzt erst mal ein bisschen optisch verschönert werden aber das werde ich mir dann vielleicht offline überlegen ist es zu viel wenn man das jetzt alles online macht also wir gucken noch mal weiter wir haben ja hier die möglichkeit beim trader einiges zu kaufen und diesen meiner kann man natürlich auch vielfältig verwenden wir gucken mal gerade also hier haben wir nicht nur die möglichkeit natürlich teilweise mit strom die möglichkeit auch rohstoffe wie copper und allerlei anderem zu bekommen und dass das ist auch eine ganze menge was wohl worauf wollte ich nur auf ja ich wollte hinaus auf die hier koppelste unten man muss da nur eigentlich wie war das also man muss nur ich gehe noch mal auf den koppelste und den antippen unten da kann man dann sehen was benötigt wird hier unten das wird dann hier sichtbar ja nun habe ich natürlich da was anderes drauf das sind die störenden blöcke das ist wie sonst auch die werden dann angezeigt aber ansonsten sieht man eigentlich schon das ist fünf mal fünf mal fünf eins zwei drei vier fünf also fünf mal fünf mal fünf blöcke sind ja gut also das ist nicht so große mathematik fünf mal fünf sind 25 und darunter noch mal fünf sind 125 blöcke also die habe ich eigentlich habe 24 da habe ich noch was anderes die habe ich und die möchte ich jetzt auch dahin setzen ich habe ja schon mal unten soweit bin ich noch gar nicht da unten schon mal diese plattform wie ich das gerne mache hingesetzt und ich glaube ich hätte doch mal noch mal ein bisschen erweitern damit ich da auch vielleicht mache ich das hier oder ja ich mache das hier das ist glaube ich ganz gut dann setzen wir das ding hier hin fange ich von oben an 1 das ist ja praktisch 45 so das sind sie doch 1 2 3 4 5 ok jetzt muss ich natürlich irgendwie nach außen kommen ja so vier vorsichtig fünf so die haben wir dann muss ich eigentlich nur von oben noch mal das ganze erweitern und dann bin ich schon da also wird mir gleich wahrscheinlich der ach das geht schon gar nicht mehr das ist auch natürlich nicht so ganz komfortabel wand funktioniert nicht so ich glaube ich werde mir gleich eine neue machen da geht es nicht ok hier ja und aber ich dann hier so normal sich das ein bisschen erweitere 3 1 2 3 4 und das war es dann auch das über fehlt bestimmt noch einiges 5 so jetzt muss ich doch mal runter gehen und mich dahin arbeiten denn so ganz vollständig ist das nicht jetzt muss ich mal sehen ich habe doch irgendwo noch ja hier habe ich doch noch kobbelstern dann gehe ich mal drumherum so ja so ist es richtig okay da fehlt ja doch einiges wie man sieht mal gucken da unten komme ich gar nicht hin doch irgendwie so geht gucken ob das vollständig ist dann jetzt bin ich hier im wege fünf mal fünf mal fünf tja also ich kann das jetzt gar nicht ermessen ich glaube ich gehe mal noch mal auf die andere seite ob das wirklich so viele sind das sieht gut aus finde ich gucken ich glaube schon dass das richtig ist so wir werden es mal testen ich könnte mir vorstellen dass dieser meiner auch anzeigt ob das richtig ist oder nicht setzen wir mal eine fackel drauf jetzt haben wir gleich besuch ja okay dann kommt das mal raus und dann wenn wir den mal davon nehmen mal gucken ob das so stimmt wäre sehr praktisch wenn da jetzt immer automatisch diese steine produziert werden würden das sieht gut aus es sieht gut aus dauert natürlich eine weile der meiner tier 1 ist natürlich nicht so komfortabel jawohl so ist es richtig so will ich es haben aber ich werde ganz sicher noch mehrere von diesen minern produzieren denn es gibt ja allerhand an rohstoffen hier das habe ich eben gar nicht gezeigt 26 seiten also man sieht schon das ist ja auch cool steht allerdings mit energie aber ich probiere es einfach mal so aus dann kann man copper bekommen lapis und dieser nette herr der verkauft die teile natürlich 27 also wenn ich das richtig sehe müssten 27 reichen dann nehmen wir mal ein bisschen von diesen coins in die hand ein bisschen nehmen wir alles gleich so und kaufen erstmal die kohle und lapis jawohl was brauchen wir denn nur copper copper ja ich weiß nicht was ist denn jetzt das beste cassiterite oder die leid ich weiß es nicht ich weiß es nicht vielleicht kommt man sollte man oh die wollen wir ja nicht einfach wegschmeißen ich glaube ich muss das nachlesen hier habe ich schon mal so ein phantom ich sage immer ich nenne die immer anders ich weiß es gar nicht wie aber phantom habe ich glaube ich nie gesagt phoenix habe ich gesagt genau phoenix habe ich immer bei bei dem letzten spiel gesagt das ist ja kein phoenix ist ein phantom natürlich gottes willen da habe ich auch hier so ein advanced mob essence bekommen weiß noch nicht wofür die ist aber das ist ja wohl von tecopolis eine ganz eigene sache ok also das produziert jetzt fleißig da brauchen wir nicht mehr drauf zu gucken und wir müssen jetzt eigentlich darauf hinarbeiten also einmal natürlich in die richtung smeltery moment die smeltery das war ja der heater erstmal den brauchen wir zuerst all die seared bricks brauchen wir dazu brauchen wir grout eine ganze menge das ist aber kein problem ich werde mal gerade ein bisschen davon herstellen ja das ist eine ganze menge glaube ich ein stack das wird schon eine weile reichen gucken haben wir da wieder strom jetzt ja da ist wieder strom dann machen wir es auch so dass ich da die hälfte reinsetze damit es sich ein bisschen verteilt und dann muss irgendwo dieser jumbo furnace noch erstellt werden dann sehe ich auch ich habe hier überhaupt nichts mehr zu futtern auch die bäume werfen keine äpfel mehr ab das ist dumm aber gucken ob es hier so ein apple tree gibt apple tree den gibt es ja nicht aber es gibt diese natürlich hat er auch sachen im angebot andere dinge zum beispiel diese manry saplings auch nicht schlecht da kann man auch was essen und die kann man auch sonst noch verwenden ich glaube das werde ich auch machen es sind andere andere allerlei andere sachen noch dabei aber ich glaube ich werde mir mal diese menschen saplings leisten nehmen wir noch mal 15 stück ok dann her damit ja billig ist es nicht aber ist ok gucken wir mal was daraus wird ja so ist es ja ja der hat diese aus der hat diese ableger hier unten diese auswüchse sag ich mal so dann haben wir das ding mal ab mal sehen ob wir auch weitere saplings bekommen nein sieht nicht gut aus ah da oben ist noch was moment ach der ist aber riesig ich habe aber schon einen bekommen ach das ist sehr gut das sah gut aus ich glaube da ist noch mehr bei rum gekommen als nur die bären oder ja mindestens einer ist noch dazu gekommen naja ist es mühselig aber wir kriegen das hin so ein stack dauert oh das dauert ja ganz schön lange naja ok kein problem dann machen wir uns jetzt mal an den an den heater beziehungsweise alles andere was ich dazu brauche holz 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 so ok das machen wir noch mal zu sticks und hier kommen auch noch mal welche rein da ist gar kein crowd mehr vielleicht reicht das als erstes schon mal ok also die smeltery oder sagen wir mal die bestandteile seared faucet ja das ist kein problem das sind nur diese drei kriegt man direkt zwei stück da braucht man den heater und den melt melter heater ist ganz einfach melter ist mit diesem ding gut ok also moment brauche glas habe ich hier dann machen wir das mal hier einmal den den kann ich ja schon mal so machen das ist kein problem dann mache ich das hier auch glaube ich so war das ich glaube so war das und kann das sein so so war es nicht ja jetzt geht es warum geht das denn jetzt ich weiß es nicht ich habe keine ahnung aber auf jeden fall ist es jetzt fertig die beiden teile haben wir schon mal ok dann brauchen wir einmal kassen 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 und table ja gut das ist kein problem haben wir auch genug noch übrig einmal kassen und table und dann die beiden einen vorsitz so dann sind wir nämlich auch da und dann brauchen wir wo sagte das ding denn hin geht er nur um den meltdown setze ich den erst mal hier hin Habe ich da keine Blöcke mehr? Doch, ich habe noch Blöcke. Ein bisschen hier dieses Risiko wegnehmen, dass ich direkt irgendwie runterfliege. Okay, so, da kommt dann noch ein Lämpchen hin und dann sieht das schon ganz nett aus. So, der Melter, also ich glaube es war so. Einmal, das muss ja irgendwie draufgesetzt werden. Ich glaube, der Heater kam drunter, kann das sein? Also, da kamen, ja, das ist so, ne? Also, Heater. Der kommt drunter. Der Melter drüber. Dann kann man hier vorne, wir haben die das gemacht, gucken wir mal eben. Also, an der einen Seite das, an der anderen das. Ja, gut, kann man machen. Kann man machen. Ja, machen wir das auch so. Ich habe es sonst immer nach vorne raus, aber ist ja eigentlich egal. So, und dann kommen die beiden Faucets hier dran. Und da dran. Cast. So, hier haben wir sie. Also, das ist einfach eine Red. Da brauchen wir eine Roten Sand. Roten Sand bekommt man, indem wir, indem wir, indem wir, indem wir was machen. Das ist klar. Das machen wir direkt. Aber Roten. Oh. Man kann entweder oder, kann das sein? Oh, ich habe ja wirklich wieder was gewonnen. Man kann entweder oder. Das ist egal. Also, gut. Das ist ja ein kleines Kapitel. Haben wir das auch abgeschlossen. Mining. Jetzt kommen wir hier hin. Und vor allem Flight. Jumbo Furnace. Jawohl. Dazu brauchen wir schon eine Menge Stein. Das sind 27 Furnaces. 27. Also, eine Menge Holz. Ne, eine Menge Stone. Aber, ja gut. Wir lassen einfach unseren. Also, man muss die 3x3x3 platzieren. Diese Furnace. Wir lassen einfach hier unseren Miner weiter kräftig minen. Und dann könnte das ja schon ganz gut klappen. Wie weit kommen wir mit so einem Stack? Acht Stück sind das. Gut. Dann hätten wir jetzt 9. Den Jumbo Furnace. Wo setze ich den denn hin? Hier auf diese Seite. Ja. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Da mache ich mal einen hier hin. Und dann kommen die anderen da drauf. So. Eins. Moment. Zwei. Drei. Und die anderen dahinter. So. Und den nehmen wir auch noch mit. Okay. Das ist ja schon mal was. Eine Lage haben wir schon. Gut. Wie sieht es aus? Haben wir noch irgendwo Cobbled Stone. Hier haben wir noch ein Stack. Das nehmen wir doch gleich nochmal dazu. Nochmal 8. Und hier nochmal. 10. Ja, es wird. Es wird. Es wird. Nein. Da sollst du nicht hin. Okay. So. Dann müssen wir den einen wieder hinten hinkriegen. Ich mache das anders. Ich setze mal. Mal einen Stein hin. Und dann geht das bequemer. So. Okay. Ja, jetzt müssen wir einfach abwarten, bis da genug zusammenkommt. Ich brauche noch 8 Stück. Also ein Stack ist das noch. Kann man das hier zusammenkratzen? Zwei. Ne, da ist gar nichts mehr. Soll ich nochmal ein bisschen arbeiten hier? ähm, mein. So. Okay. Äh, ich glaube. Das wird jetzt genug sein. Jawohl. Dann hauen wir das mal eben durch. Setzen wir die mal eben drauf. Und dann müsste das Teil eigentlich auch funktionieren. So. Da ist es. Jawohl. Aha. Und was kann der jetzt besser? Also wir brauchen auf jeden Fall diese Miner. Das ist viel zu wenig. Ähm, jetzt habe ich die irgendwie schon wieder aus dem gehighlighteten, äh, links weggenommen. Miner. Ähm, packen wir die nochmal nach links, damit ich, äh, die Rezepte sehe. Also das ist, ähm, ganz klar. Wir brauchen ja, ähm, bestimmt, also ich sag mal jetzt drei Stück. Werde ich jetzt, also brauchen wir sechsmal den Pickaxe-Head. Ähm, das mache ich jetzt mal so. Also, eins, zwei, drei. Ne. Sechs. Fünf. Fehlt noch einer. Na, da kommen schon die Vögelchen wieder. Die lieben Vögel. Sechsmal. Gehen wir einfach hier rein, das ist kein Problem. So, äh, dann brauchen wir Smoothstone. Smoothstone. Mal gucken, jetzt komme ich natürlich da nicht hin. Ähm, ähm, wir brauchen aber auch diese, ähm, Finder. Ähm, Gemfinder, da brauchen wir, äh, drei Stück davon. Äh, so, gucken wir mal. Eins, zwei, ach, die stacken nicht. Zwei. Drei. Ich glaube, ich werde mal ein bisschen was hier raus, äh, werfen. Ähm, das ist zu viel. Ähm, ja. Die hätte ich gerne auch irgendwo verwendet. Ähm, meine Berries. Kommen ganz nach rechts. So, die Finder, das kann wieder zurück. Gehen wir nach oben. Drei von denen. Ach, ich habe ja diese, äh, Trashcan. Die könnte ich eigentlich auch mal aufstellen. Stellen wir mal da hin. So. Also, die haben wir schon mal. Dann kommen die nächsten. Metal Finder. Ähm, Metal Finder, Moment. Äh, äh, oh ja, genau. Eins, zwei und drei. Und noch drei von den Mineral Finder. Die haben wir jetzt nicht, weil die Kohle fehlt. Kohle und Glas fehlt auch. Ich habe auch kein Glas mehr. Das ist natürlich ein bisschen dämlich, dass ich jetzt kein Glas habe. Ah, es wird schon wieder hell. Ja, dann, dann geht das. Ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen dafür sorgen, dass ich an Holz komme. Warten wir noch einen kleinen Moment. Und dann sollte es klappen. Aha. Das war's mit ihm. Okay, kann ich das hier auch machen? Einfach so und dann oben das reinsetzen. Ja, dann machen wir die mal. Das ist ganz gut. Weißt du was? Dann nehme ich hier auch noch gleich ein bisschen mehr. Ähm, obwohl ich will ja dann Kohle erzeugen. Das ist ja, wir haben ja hier schon Kohle. Also, wenn ich jetzt den nächsten Miner habe, dann werde ich so einen Kohleblock da hinsetzen. Jetzt hat er irgendwie, irgendwie hat er einen Hänger gehabt. Ich wollte ja direkt drei machen. Ach, das geht nicht. Das geht nicht. Das steckt nicht. Also, muss man einzeln machen. Ja, doch, die stecken doch. Aber sie kommen nur einzeln raus. Ich weiß gar nicht, warum. Ja gut, dann haben wir die ja auch schon fertig. Dann kann ich nämlich die Kohle auch erzeugen. Könnte natürlich auch hier weitermachen. Komm, einen nehmen wir mal da hin. Dann kann der da weiterminen. Dann, wenn er meint, dass es gut ist. Äh, naja, gut. Okay. Äh, ich setze die einfach daneben. So, und dann. So, zweiter Miner drauf. Gucken. Stimmt das so? Oh, es sieht gut aus. Moment, es sieht gut aus. Und dann brauche ich noch einen für Lapis. Ja. Ja. Mehr. Natürlich die kleinen Dinger. Aber es ist okay. Ist okay. Ja. Na bitte. Geht doch. Geht doch. Kleinvieh macht auch Mist, sage ich immer. Da werden wir noch eine Fackel draufsetzen. Dann hat sich das. Hier geht das wunderbar weiter. Und ich glaube, dann setze ich hier daneben auch noch die Lapis-Blöcke. Dann können wir gleich Lapis erzeugen. Schwupp. Was war das? Ja, das ist klar. Hatte ich schon erwartet. So, eins, zwei. Und uns fehlt mal wieder Stein. Ah, ne. Ich habe doch Stein. Moment. Das ist Quatsch. Ich habe hier Stein. So. Alles da. Ich habe hier. Ähm. So. Okay. Dann geht das jetzt. Das Flutter. Die drauf. Und der meiner. Na, komm. So. Oh. Was ist jetzt? Jetzt ist der Baum gerade gewachsen. Ja, es geht auch. Auch damit geht es. Wunderbar. So, jetzt haben wir auch hier noch einen Sicherheitsrahmen drum. Und ich hoffe, dass ich jetzt auch die ganzen Sachen angezeigt bekomme. Es fehlt mir ja hier unten. Moment, wo war es? Ja, hier. Da fehlte mir die Anzeige. Das waren nur drei von 27. So ein bisschen. Ey, du Schweinepriester hier. Äh, aber ich brauche euch mal ein bisschen. Ich darf aber nicht runterfallen. Wo seid ihr? Mal ein bisschen zerschwinden hier. Der hat gesessen. Manchmal schwer, die zu treffen, finde ich. Das war richtig. Also man muss etwas Feuer loslegen. Nicht, wie ich das gemacht habe. Wenn die dicht vor einem stehen, dann ist das zu spät. Ja, den habe ich jetzt erwischt. Dann auch. Aber ich bin auch gleich platt. Erstmal ein paar Beeren hier verzehren. Ah, Beeren verzehren. Ach, ist das schön. Ich reime heute wieder so toll. Aber ist der letzte. Ah, hat auch was gedroppt. So, also müsste eigentlich jetzt das Ganze auseinanderzunehmen sein. Ich nehme mal das, was hier drin ist, auch raus. Okay. Und dann hauen wir die mal auseinander. So, jetzt ist das auch anerkannt worden. Jetzt haben wir die 27 alle hier. So wie sich das gehört. Und ich baue die jetzt auch mal wieder auf. Gucken, wo hatte ich sie denn? Ich glaube hier so. Man kann die natürlich auch ein bisschen weiter nach rechts setzen. Ich glaube hier hatte ich die. Ja, okay. Da. Ja. Ah, jetzt haben wir die falschen Sachen da hoch. Es ist ungünstig, dass sie jetzt gerade kommen. Ich wollte eigentlich meine Furnace, mein Furnace da hinsetzen. Jetzt spielt die Maus wieder verrückt. Es ist heute in der Tat irgendwie ganz komisch. Alles, irgendwie alles nicht so richtig wie es sein soll. Ich will die drei Dinger da haben. Verdammt noch mal. So, jetzt ist es aber erledigt. Jetzt haben wir das auch. Das ist ja nicht zu glauben. Das war immer schön hell da hinten. Ja, gut. Dann haben wir das auch erledigt. Und ich glaube, das ist ein Abschluss. Jetzt fehlt eigentlich nur noch dieses hier. Nur noch ist gut. Aber es fehlt halt dieses. Und dann sind wir auch damit durch. Basic Stroll, da fehlte dann das. Und das kommt dann beim nächsten Mal. Okay, alles klar. Bedanke mich dann noch ein weiteres Mal fürs Zuschauen. Das wird natürlich dann eine Folge mit der letzten zusammen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020